Hallo meine Pokéfreundinnen und Pokenenden zum Finale von oder zumindest zum Ende von Pokémon Blau. Wir sind jetzt hier in der Top 4. Ich habe jetzt mich hier vollgestopft mit ganz viel Einzugsfähigkeit mal zeigen. Und zwar haben wir einmal zweimal Top-Adder, elfmal Top-Genesung, einmal einen Top-Geleber. Das ist das Sonderbomb, was wir mal eben benutzen können, wer braucht immer ein paar Level. Ich würde sagen, Saatze kriegt mein Level. Und dann kann auch noch mal Taubhaus ein Level bekommen, würde ich sagen. Sonder wird es schon schaffen, denke ich, hoffentlich. Dann habe ich noch 23 mal Beleber, 19 Hyper-Trenge, 24 mal Hyper-Heiler und 24 mal Top-Trenge. Ich hoffe, das wird reichen. So, wir gehen noch mal zur Sicherheitshalber, noch mal kurz heilen. Und dann werden wir gegen die stärksten Trainer in dem Spiel kämpfen. Ja, ich bin hyped und hoffe, ihr seid auch gehypt, denn es geht jetzt los mit dem Finale von Pokémon Blau. So, ich werde nur kurz bei dem Team. Ähm, richtig rein vorgegeben. So. Danach haben wir Sonder, glaube ich. Oder? War das so? Ist mir egal. So, wir machen das so, wie ich es will. So, so. So, 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 so. So, wir lassen das jetzt so mit der Reinfolge, ist mir jetzt egal. So, machen wir weiter. So, jetzt sind wir drin. Jetzt gibt es keinen und kaum mehr. Oh, was sieht dir das mal an? Sieht aus wie Wasser, aber ich kann euch sagen, es ist kein Wasser. Und genau deshalb. Wir haben nichts dagegen, oder? Egal, komm, wir kämpfen. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eis-Attacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Hahaha, bist du bereit? Jo, wir kämpfen jetzt gegen Lorelei. Plup, 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 plup. Ich weiß bis heute nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich kann es nicht sagen. So, ein Yu-Gong. Ich habe keine Ahnung. Eis-Pokémon. Ist halt blöd, weil ich nichts gegen habe. Relaxo, komm, wir tauschen mal Relaxo rein. Und Zauberst. Weil ich glaube, die können am besten was austeilen. Ich muss mal sagen. So, ja, Blizzard macht natürlich gar nichts. Eis gegen Eis, das ist wirklich so effektiv. Oh, das macht der Kommenschaden. Warum? Was ist das? Das war dumm von ihm. Aber, das ist gut für mich. Jetzt kann ich nämlich voll stärken. Dann kann ich Spam, Spam, Spam. Außer der macht es gleich wieder schlafen, schlafen. Ich dachte eigentlich, die hätten die Arena-Leiter-Musik. Haben der aber irgendwie nicht. Warum auch immer. Bitte setze ich noch nicht nochmal Erholung ein. Okay, Heula. Okay, mach halt Heula. Ist mir egal. Mach das halt. So, mein Sitter-Down, oder? Ne, noch nicht. Psst, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Nein, das ist doch mit dem... Warum Supertrank? Das ist voll schlecht. Da kann er gar nichts, der Trainer. Da kann er gar nichts. Außer sich heilen. Ja gut, das ist jetzt blöd. Ja, ich verspend die Nummer in der AP. Komm. Lass mal sehen, ob Tauber ist hier was dagegen kann. Ich weiß gar nicht, welche Folge das ist, glaube ich. 43? Könnte sein. So, Windstoß erstmal. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Nicht viel, dachte ich mir. Fliegen, komm. Versuchen wir fliegen. Ich hoffe, das macht zumindest viel Schaden. Fliegen ist eigentlich eine ziemlich gute Attacke, nämlich. Ja, es geht. Lass uns das weitermachen. Au, au. Was? Wieso macht er so... Was? Sehr fickt. Seit wann ist das self... Oh, nein. Oh, na toll. Hab's erahnt. Das macht doch nicht viel Schaden, oder? Hä? What? Seit wann ist das self... Ach, komm, leck mich. Komm. das gute level du halt hier ist mit egal so lange der daumen geht und mich in ruhe lässt ist mir alles egal kommt schild wo man kann machen werden das schläft denke ich mach doch viel schaden eigentlich oder er ist alle aufgewacht aber machen wir mal mit einem heuler kannst ruhig heulen gehen ist mir egal ich sag ich trotzdem nein der ärgert mich doch oder die ist mir egal ich getrackt also da die faschen schede wo man dann gehst du mal down hier das level 54 merke ich gerade jetzt weiß ich auch wieso das so viel schaden macht aber er soll jetzt hoffentlich da und bitte gedauern warum macht das so wenig schaden auf einmal warum macht das auf einmal so wenig schaden kann man das jemand erklären nein okay ich kann es mir auch nicht erklären das reicht mir jetzt ich versuche jetzt mit surfer weiter zu kommen anderes ich verschwende meine ap ich bin zu schlecht oder so keine ahnung bitte macht das schaden bitte bitte es geht aber nicht wirklich oder einfach nachher wird auch nichts bringen oder und auch kein ist auch kein unterschied und beißen und dauerung oder so nein es war nur noch weniger schaden ja ich glaube ich bin echt nicht gut vorbereitet oder volltreffer bitte please volltreffer kommen volltreffer ohne volltreffer macht das keinen schaden jetzt muss ich einmal eine ap verschwenden damit der endlich mal down geht das ist dumme jugend ww du gehst jetzt schlafen ww du das ist kein nein keine rohung keine hohung nein das machst du nicht nein alter body check verletzt sich selbst durch body check das finde ich gut weil jetzt kann ich endlich besiegen aus der dort noch überhalten übrig aber hatte zum glück nicht wo was ein failure habe ich jetzt nur erwartet ausdruck das wird jetzt hoffentlich nicht so ein großes problem sagte keine auch mal gehen ausdruck aus ist eigentlich wasser pokémon aber es kann auch eis attacken soweit ich jetzt weiß das müsste bedeuten dass effektiv ja es ist aber aurora strahl ist auch gegen mich effektiv und ist aber ich bin trotzdem stärker und dadurch besiege ich ihn sagt euch dieses diesen richtig stark hier lang muss sie hat das wasser psycho ja komm mach einfach nein amnesie dein ernst wow ich dachte wir uns angreifen nein mach doch mehr schock hinter mir weg mit deiner amnesie und die endlich dahin wo du hingehörst und zwar nicht in den kampf sondern die vergesslichkeit das vergisst ja auch hier deine amnesie alles wieso macht es immer weniger schaden das macht null sinn vergifte ihn es hat keine wirkung naja zumindest habe ich es ausprobiert kommt der schneider ich brauche nämlich die ap weil meine pegel und fast leer ich habe nur noch viel von zehn ap das gibt es jetzt schuld mich der droht mich und ich krieg nicht mal hör mal auch mit deiner scheiß amnesie kannst du nix anderes oder was er kann nichts anderes aus der amnesie kann das sein und was irgendwas ist hier faul da wird da macht ihn nur anders na gut besser für mich na vielleicht auch nicht weil jetzt das ist glaube ich psycho eis es ist aber doch sein fun fact osana ist eigentlich den ersten gen schwarz aber in den anderen spielen ist sie über lila weil leute sagten weil leute sagten das wäre rassistisch das ist ein toller fun fact oder macht ganz gut schaden denke ich ich kann auch nichts anderes weil er einsetzt deshalb passiert jetzt machst du echt viel schaden ja jetzt kann ich mal angreifen ich wusste es ist kein wasser das wasser weil es ist nicht so krass effektiv wir machen so wenig schaden weil wir unter level sind aber ich habe ja mein ganzes team trainiert ok doch ein labras ein es ist wasser pokémon kann aber eis attacken das heißt eis müsste doch auch schaden machen oder nicht relax und test es mal alter mach mich doch nicht nach es sollte aber nicht viel schaden machen es ist effektiv nein nein es ist nicht verdammt schädelwummel ja nicht mehr verwirrt es gibt die schädelwummel nein 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 das war für schade hoffe ok es geht noch aber nein wir müssen wir doch kommen jetzt greifen damit an bevor du stirbst 10 10 10 10 10 10 10 10 das gibt es nicht warum ist er so stark das gibt es nicht warum warum ich verstehe es nicht so ok schädelwummel das macht ganz okay schade was mit bis bis noch so auch ganz okay schaden machen wir nicht das geht ja das geworfen zum leid ist manchmal vorspule aber das ist jetzt gerade vollkommen egal weil das ist anscheinend der schwerste gegner für mich weil ich nicht glück weil ich nicht die passenden typen habe und warum schlägst du dich wieder selber ich dachte wir hatten das schon 10.000 mal im netzplay lass es doch jetzt endlich hast du dich irgendwann mal gelernt dich nicht so selbst zu schlagen irgendwann mal lernt man das doch oder nicht hoffentlich oder auch nicht anscheinend nein noch in top geniesung verschwenden so vorspulen geil da hätte ich auch noch mal nein lass mich jetzt reicht es mir jetzt reicht es mir jetzt bei mich jetzt bei mich so woher wird es gar keine ersten haben wir durch den ersten haben wir durch lorelei alter wie kannst du es wagen du bist besser als ich dachte geh ruhig weiter das hier war nur ein vorgeschmack auf die dinge die dich noch erwarten das einzige was mir noch erwartet sind andere typen also lass mich nur hui gestein sehe ich jetzt schon so heiltränke wer braucht denn hier du brauchst heiltränk brauchst du noch einen überheiler ne sehe ich auch grad haben wir noch überheiler ne überheiler ich gehöre zu den top 4 mein name ist bruno durch ausgiebiges training können pokémon sehr stark werden ich habe meine pokémon au pausenlos trainiert mike wir werden dich mit unserer kraft bezwingen zum angriff gut der wird ein kinderspiel denke ich guck dir den mal an alter der bruno aber den machen wir kalt alter den machen wir kalt mit unserem kalten wasser hier aber tut mir leid du nix tut dir das weh oh das hast du dir sehr weh kein problem oh nein wir haben ein problem ein noxchan er hat ein noxchan kann das sein dass der pokémon mit dem roten kickli hat oder hat er jetzt auch noch ein kickli im team soll nachschlag keine warum sagt man jemand dass der donnerschlag kann aber er ist zu schwach anschein wie lebt er noch ah kein abwäge für dich du bestaunt gewöckige baden so das gute level 50 das wird uns sehr helfen das kann ich schon sagen aber der doch der kann ne der kann kein donnerschlag erlernen das würde mich jetzt wundern ok macht genauso viel schaden so ich versuche jetzt mal was wie viel macht jetzt zur fall der kann ein turm kick glaube oder geht das denn schon auf jeden fall kann dann irgendeinem spiel ab irgendeinem spiel kann der turm kick und das ist eine richtig starke attacke aber er ist zumindest noch da und so oh nix nochmal was für eine variation ist ja nicht so als wäre georock oder geobacht was besseres gewesen aber ok oh 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 ohne wasser pokémon ist mir aufgeschmissen ein macho mai ein macho mai nein das ist eins der stärkste pokémon im spiel würde ich jetzt einfach mal sagen allgemein die pokémon die man durch linkkabel tauschen können die sind richtig stark und das lohnt sich auch aber genau wer weil ich das nicht machen kann habe ich keine instink genommen überrolle was macht das was für eine attacke eine attacke die viele schaden macht aber sich selbst okay vielleicht haben wir noch den nächsten trainer ich weiß nicht ähm dann crit ich liebe diese crits die sind super die 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 wie konnte ich verlieren ich bin erledigt doch die nächste herausforderung wartet bereits und warte geht's oh gott geist pokémon da heißt da werden wir jetzt begegnen das packen wir noch in die folge da würde ich sagen in der nächsten folge machen wir dann das ende ich bin agathe aus dem team der top 5 professor ich lobe dich in höchsten tönen junger mann er war einmal ein gutaussehender stattlicher mann doch das war vor jahrzehnten heute kümmert er sich nur noch um seinen pokédex aber pokémon wollen er kämpfen mike ich zeige dir wie ein richtiger trainer kämpft weil die alte omi hier die agathe die hat gar nicht einfach mal wie zum beispiel gänga das ist gänga echt ok dann ist al paolo gruseliger als gänga ich habe keine ahnung was ich einsetzen soll so würde ich sagen doch warum nicht sander kann auch mal kämpfen würde ich sagen ist ja auch unterlevelt 45 wo fakt weiß nicht dass eine gute idee war arbeit probier es mal mit mit ok mist boden glaube ich mache keinen schaden ich weiß aber nicht geworfen das macht ordentlich schaden das können wir machen außer er macht mir jetzt noch mehr schaden als ich ihm mache naja geht komm das können wir machen hab ja noch ein paar heiltränke das passt aber gar das auch heiltränke das ist so doof die können sich auch heilen wie nein ja ich wollte schon sagen du so bitte krit bitte mal einen krit und dann ist er da und aber nein kriegt leider nicht schützer würde ich jetzt machen aber normal attacken bringen gar nichts gegen gegen geister und geister bringen gar nichts gegen normal das heißt werde ich jetzt ein relax oder ich hab noch ich hatte ein bisschen selbst umbringen alter kein suizid ja das ist jetzt hier ein test ob wir die stärkste trainer sind oder der welt so ok wir haben gänga down ok gold bar ich hab gar nicht gelesen ein gold bar gar mal das gift nicht geist oder ich bin das amerikaner sagen wir nennen taubers flug gegen flug da haben wir die gold bar 2 hat ich haben bestimmt schon gesehen im netzplay aber das bekannte global spread weil er so so wie soll ich sagen komischer blick lange zunge lang große maul ja ich glaube steht schon warum können alle top 4 mitglieder und verwirren hört doch auf gibt's doch nicht flügel schlag kommen das können machen getauscht soll apollo ah ja das ist groß das ist groß nein doch nicht mein gott was traumfresser auch jetzt ich wollte gerade sagen das ist gut ich wollte gerade sagen das ist gut weil da hat er bestimmt nur geist attacken und das bringt ja nichts gegen ein taubers aber hat da kann mich einschläfern traumfresser traumfresser wollte ich ja auch mit dem piepen alter ja keine ahnung nimm's gut oder so ich glaube wir schaffen den kampf nicht durch nie dieser folge versuche mein bestes zu schaffen aber wenn sie zu lange wird dann denke ich doch weiter alter auf hör auf weil tauscht ein pokémon bis halt sich dunkel nehmen was macht das ich schmuck extra wenig vor ich hoffe das stört jetzt nicht so sehr weil das ist ja im 1 für 1 50 krass al polo ich weiß es nicht dass es okay leute ich würde sagen wir machen den kampf aber warte ich muss das kippen erstmal kurz weg bringen hier so auf die piepsen so dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder und dann werden wir hoffentlich die top 4 durch machen bis zum nächsten mal haut rein und ciao